Es gibt tausende Möglichkeiten, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung besser machen kann. Und jeden Tag werden es mehr. Alles hängt aber von der Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen Gesundheitsdaten ab. Daten sind die Bausteine, der Grundstoff, mit dem Clinical Decision Support, künstliche Intelligenz in der Diagnostik oder Automatisierung von Prozessen überhaupt erst möglich werden. Ohne hochstrukturierte Gesundheitsdaten, die möglichst einfach von verschiedenen Systemen genutzt werden können, vergrößern wir unseren Zoo an Anwendungen, den wir heute schon haben, und das Gesamtsystem wird immer ineffizienter. Und genau an diesem Problem setzt die Vita Group an. Mit unserem HIP Clinical Data Repository speichern Sie Gesundheitsdaten hochstrukturiert, unabhängig von einzelnen Systemen und unabhängig von einzelnen Herstellern. So bauen Sie einen Datenschatz auf, über den Sie die volle Kontrolle haben. Dies versetzt Sie in die Lage, für ganz bestimmte Teilprozesse die digitalen Werkzeuge auszuwählen, die ein spezifisches Problem am besten lösen. Interessiert? Dann freuen wir uns auf ein persönliches Gespräch in Berlin auf der DEMEA. Bis bald.